Ich bin aus Roma. Mein Job ist zu stehen hier. Und ich sehe alle Leute. In Roma gibt es viele Geschichten. Sie haben uns ein so tolles Zimmer gegeben. Du hast halt einen klugen Mann geherratet. Ich habe eine Q von 150, 160. Du rechnest in Euro. In Dollar ist das viel weniger. Gratulation. Alles ist bezahlt. Ich gehöre ganz dir. Bin nur für dich. Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Ich bin hier, um alle deine Wünsche zu erfüllen. Als es so alt war wie du, habe ich auch ein Jahr in Rom gelebt. Ich glaube sogar hier in dieser Straße. Komm doch mit, meine Freundin macht einen guten Espresso. Meine beste Freundin hat gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie kann bei uns wohnen. Sie ist klug, hat Humor. Die Männer liegen ihr zu Füßen. Das muss an ihrer sexuellen Ausstrahlung liegen. Ich hatte schon immer irgendwie den Drang, mal mit einer Frau zu schlafen. Und als es dann passiert ist, war es unglaublich. Sie ist der Hammer, oder? Tschau zusammen. Tschau, Kinderchen. Hey, da ist er! Was soll das? Sind Sie verrückte Arme? Du bist berühmt! Was haben Sie heute gefrühstückt? Na, äh... Das ist Michelangelo. Hallo. Das ist mein Vater. Freut mich. Ohne Gewerkschaften wären die Arbeiter verloren. Der Junge ist Kommunist, der Vater ist Bestatter. Leitet die Mutter eine Lepra-Kolonie? Das TV-Ereignis der Woche. Wir berichten heute live für Sie, wie dieser Mann sich rasiert. Vom ersten bis zum letzten Bart haben. Die ganze Zeit auf dem Rücken liegen und arbeiten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich mir schon. Ich will das nicht, nicht hier. Du vögelst mit dem Freund deiner besten Freundin. Was spielt der Ort da für eine Rolle? Du wirst uns Frauen nie verstehen. Das ist bereits bewiesen. Ist es nicht schön, mal nur so zum Vergnügen zu verreisen? Nein. Ich will das nicht, nicht hier.